Klos-Roboter schweißen Kuki-Kinderfahrräder. Techniker vermitteln neue Regeln für Schweißprüfungsverfahren. Neuer Werkstoff für Leichtbau entwickelt. Top 100 der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet. Und damit hallo und herzlich willkommen bei DVS-TV. Seit kurzem setzt der Kinderfahrzeughersteller Puki ausschließlich Schweißtechnik der Firma Klos ein. Aufgrund steigender Stückzahlen hat Puki in den vergangenen Jahren verstärkt in automatisierte Fertigung investiert. Mit zwei Roboteranlagen, den sogenannten Kirox, Kompaktzellen, lassen sich Lenker und Rahmen automatisiert schweißen. Früher hat das Unternehmen alle Kinderfahrzeuge komplett manuell schweißen lassen. Dank der automatisierten Schweißprozesse kann Puki bei Bedarf größere Mengen als bislang fertigen. Damit konnte der Anbieter seine Lagerbestände im Haus deutlich senken. Die Roboter einer Kompaktzelle fertigen etwa 140 Fahrradlenker pro Stunde. Mehr als 110 Mitarbeiter produzieren am Standort Wölfrath mehr als 700.000 Kinderfahrzeuge pro Jahr. Die Roboter ermöglichen nicht nur hochwertige Schweißergebnisse, sondern beschleunigen auch die Abläufe. Außerdem steigern sie die Sicherheit der Fertigungsprozesse. Die Maschinen des Schweißspezialisten reproduzieren exaktere Ergebnisse als Menschen, sodass weniger Nacharbeiten anfallen. Das Deutsche Institut für Normung, kurz DIN, und der Deutsche Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren informieren in gemeinsamen Workshops darüber, was sich für Anwender durch die Reform der Schweißverfahrensprüfung ändert. Nach langjähriger Debatte stehen die neuen Normen der Schweißverfahrensprüfung seit Dezember 2017 fest. Die Neuerungen betreffen nicht nur den Stahl, den Schienen, Fahrzeug und den Druckbehälterbau, sondern auch den Metallbau sowie kleine und mittlere Unternehmen des Handwerks. DVS und DIN laden daher Experten ein, die Fragen zu den überarbeiteten Regeln in der Verfahrensprüfung zu beantworten. Interessierte erfahren dabei, wie die neuen Regeln anzuwenden sind. Zwei Veranstaltungen haben bereits stattgefunden. Weitere Workshops finden am 20. Juni in Hamburg und am 17. Oktober in Mannheim statt. Forscher der Universität des Saarlandes haben in Zusammenarbeit mit dem Technologiekonzern Hereus metallisches Glas entwickelt, das sehr leicht und gleichzeitig besonders fest ist. Die entwickelten Verbindungen bestehen hauptsächlich aus Titan und Schwefel, zwei Elemente, die sehr häufig auf der Erde vorkommen und die industriell sehr gut nutzbar und verhältnismäßig günstig sind. Die sehr leichten Legierungen aus Titan und Schwefel sind fast doppelt so fest wie gängige Metalle auf Titanbasis und eignen sich beispielsweise für Leichtbauteile in der Luft- und Raumfahrt. Für den neuen Werkstoff haben die Forscher die über 1100 Grad Celsius heiße Schmelze blitzartig abgekühlt. Die Schmelze erstarrt durch das abrupte Abkühlen in ungeordneter Atomstruktur. Dieser strukturelle Zustand wird dann auch als Glas bezeichnet. Das Chaos in der Werkstoffstruktur sorgt dafür, dass sich das metallische Glas so fest wie Stahl, aber gleichzeitig elastisch wie Kunststoff verhält. Japanische Unternehmen räumen ab. Der japanische Technologiekonzern Yaskawa steht das dritte Jahr in Folge auf der Liste der Top 100 Global Innovators. Der Report zeichnet jährlich die weltweit innovativsten Unternehmen aus. Yaskawa generiert und analysiert Maschinen und Prozessdaten, um Produktivität und Qualität zu steigern. Das Unternehmen verbindet klassische Mechatronik und digitale Technologien und gilt damit als Pionier in den Bereichen Antriebstechnik, Industrieautomatisierung und Robotik. Kriterien für die Auswahl der 100 innovativsten Unternehmen weltweit sind die globale Reichweite, die Anzahl angemeldeter Patente sowie der nachhaltige Einfluss von Erfindungen auf die Gestaltung der Zukunft. Der Medienkonzern Thomson Reuters hat die Auszeichnung 2011 ins Leben gerufen. Anstelle von Hammer und Meißel nutzt das amerikanische Unternehmen Coldjet Trockeneis, um Schweißstraßen zu reinigen. Die Systeme kombinieren kinetische und thermische Effekte, um Verschmutzungen zu lösen. Dadurch beschädigen sie die Oberflächen der Schweißstraße nicht. Und auf Schweißstraßen bilden sich häufig klebende Anhäufungen von Schweißschlacken, Schweißspritzer, Harz-, Rauch-, Öl- und Dampfrückstände am Produktionsequipment. Diese Verunreinigungen verursachen Fehlausrichtungen am Schweißteil und können dadurch zu Schweißfehlern führen. Das produziert Ausschuss in der Produktion und verhindert die weitere Verarbeitung. Traditionell lassen Unternehmen Schweißspritzer und Schlacke von Schweißvorrichtungen, Zellen und Robotern manuell mit Hilfe von Hammer und Meißel entfernen. Das kann die Schweißlinie schädigen und letztlich zu erhöhten Ausfallzeiten führen. Da die Trockeneisteile vom Festen in einen gasförmigen Zustand wechseln, entsteht bei der Methode von Cold Jet im Gegensatz zu anderen Methoden kein Abfall. Und damit ist DVS-TV auch schon wieder zu Ende. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Dienstag wieder reinklicken. Alles Gute von uns und Ade!